Eine starke Persönlichkeit, der neue Peugeot 4008. Ich glaube die primäre Zielgruppe für den neuen Peugeot 4008 sind vor allem junge Familien, die Wert auf ein sicheres Fahrzeug legen, die erhöhte Bahnfreiheit genießen, mal ins Gelände fahren können, wandern, spazieren, sowie auch natürlich der einzelne Sportbegeisterte, der sein Fahrrad mitnehmen will, seine Schieße mitnehmen will und dann auf die Hütten fahren zum Touren gehen. Dieses neue Alra-Produkt aus dem Hause Peugeot hat viele Vorteile. Unter anderem beeindruckend die Pferdestärken, gepaart mit sehr sparsamen Motoren. Es gibt zwei Motoren mit 114 PS bzw. mit 150 PS. Die Verbrauchswerte sind für einen SUV sensationell. Also im Drittelmix verbraucht der 114 PS Dieselmotor 4,9 Liter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz sensationeller Wert. Sehr angenehm beim neuen Peugeot sind auch die erhöhte Bodenfreiheit mit erhöhter Sitzposition. Es ist ein sehr technologisch hochwertiges Allradsystem. Es ist elektronisch gesteuert. Man kann ihn wahlweise entweder als 2-WD oder als 4-WD-Modus fahren. Und er hat auch noch eine Lockfunktion für besonders schwierige Verhältnisse. Nicht nur das Panoramaglasdach beweist beim Peugeot 2008 die Kategorie absolut hochwertig. Ein sehr gelungenes, innovatives und sehr designschönes Fahrzeug. Er hat bei einem Einstiegspreis von 31.000 Euro eine sehr, sehr gute Grundausstattung. Und auch die Sicherheitsausstattung verdient die Bezeichnung hervorragend. Er hat sechs Airbags sowie Knie-Airbags auf der Vorderseite. Er hat ESB, Bergabfahrhilfe, Bremsassistenten und eine sehr gute Grundausstattung. Sprich, er hat Xenon-Scheinwerfer serienmäßig mit Kurvenlicht. Er hat Sitzheizung, 18 Zoll Alufelgen. Weitere Vorteile vom Peugeot 2008 entdecken Sie am besten selbst. Mautersfuchs in Itter. Clever rund ums Auto.